Ich lerne Deutsch. Nummer 8330 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lass mich in Ruhe. Ich bleibe noch hier im Bett. Wenigstens noch fünf Minuten. Lass mich in Ruhe. Ich bleibe noch hier im Bett. Wenigstens noch fünf Minuten. Lass mich in Ruhe. Ich bleibe noch hier im Bett. Wenigstens noch fünf Minuten. Warum fährst du nicht zum Meer? Hier ist das Wetter fantastisch. Oh nein, nicht schon wieder. Warum machst du immer wieder die gleichen Fehler? Oh nein, nicht schon wieder. Warum machst du immer wieder die gleichen Fehler? Ich zeige dir, wie man seine Zähne richtig putzt. Ich zeige dir, wie man seine Zähne richtig putzt. Ich bin dankbar für meine Gesundheit, die es mir ermöglicht, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich bin dankbar für meine Gesundheit, die es mir ermöglicht, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Unsere Tochter liebt ihren Salat, und wir haben uns auch daran gewöhnt. Unsere Tochter liebt ihren Salat, und wir haben uns auch daran gewöhnt. Wir trinken öfter gemeinsam aus einem Glas. Das stärkt auch unseren Zusammenhalt. Wir trinken öfter gemeinsam aus einem Glas. Das stärkt auch unseren Zusammenhalt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Aber ich denke, wir kommen jetzt schon. Wir trinken euch einen Schicht. Aber ich hab's gar nicht ausgelenct. Und ich bin so ein Schicht zur Befestigung. Vielen Dank.